o wir wollen einfach alles Import hallo und herzlich willkommen bei wie hake muss ich sein Minecraft Hardcore das letzte mal hatten wir so ne schöne Schatzsuche und haben ordentlich was geplündert ähm mir ist der Platz mal wieder ausgelangen wie üblich ähm ich möchte eigentlich da ist die da mehr raus eigentlich hätte ich in die ganze Weile geplant zurück zu gehen auf der anderen Seite Schweine ist auch können wir machen interessiert ja gar nicht ich hoffe nicht dass es am Ende wird so das Ergebnis stimmt ne aber so ein schweres großes Haus stimmt nicht das vielleicht aber nicht so ein großes schweres Haus was ich bauen würde ja welche Überraschung Johann ähm tatsächlich können wir Freunde werden ähm ähm das ist nicht schon cool herzlichen Dank Johann ja was wird mir denn hier gekopft schönes Fisch ist und jetzt soll ich drei machen perfekt das Problem was dabei jetzt noch entstehen kann ist dass die zu wenig Setz Dinge droppen ja du hast ein gutes Geschäft mit mir gemacht definitiv ganz stolz auf dich sein ich wollte meine ganzen Emirates für dich wegschmissen okay und verdammt ist gewachsen jawohl tja Johann das wird sich zeigen ob mein Investment absolut dumm war oder gut war ein Tausch ausgeschlossen ne 1,2,3 oh starker Anfang 4 5 5 Perfekt 6 ist gut ist gut schon 6 eine Generation gesaved kriegen wir noch eine zweite zusammen nein aber wir kriegen nächste Generation auf jeden Fall schon zusammen das ist gut so wenn eigentlich wie viele Kunden Bundeslast für meine Kunden habe ich die schon geholt ne hier noch nicht glaube ich dann hole ich mir auch noch mal eben die Birken habe ich hier auch noch nicht ich hole einfach alles Import so 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 das sieht auch wieder aus Alter im grund von minecraft spielen sollte, ne? und setzdinge habe ich auch instant block combo so, 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 vier setzdinge davon, das ist super Jo, müsste jetzt auch abgereist sein ist halt nicht, aber ok ist deine Sache, ich kauf nichts mehr, ich hab halt nichts mehr